Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoserie Smart Service Tipps der Leipziger Volksbank. Mein Name ist Joanna Spino und heute werde ich Ihnen zeigen, wie man mit der Karte kontaktlos bezahlen kann. Wie das funktioniert, zeigt Ihnen meine Kollegin Isabel Prager. Hallo liebe Zuschauer, auf fast allen neuen Bankkarten ist dieses Zeichen abgebildet. Das weist darauf hin, dass man die Kontaktlos-Funktion nutzen kann. Die Kontaktlos-Funktion Ihrer Karte können Sie vorab am Automaten aktivieren, falls Sie diese abgeschaltet haben sollten. Wenn Sie also im Einkaufsladen bezahlen möchten, brauchen Sie die Karte lediglich an das Gerät halten. Bei erfolgreicher Transaktion wird das Gerät einen Ton erzeugen. Und danach wird wie gewohnt die Buchung über Ihr Girokonto abgerechnet. Eine weitere Information für Sie. Transaktionen bis zu 50 Euro erfolgen ohne PIN-Eingabe. Probieren Sie es gleich bei Ihrem nächsten Einkauf aus. Bis zum nächsten Mal. Ihre Joanna.